Hallo, hier ist Joy Dinalani und ihr seid bei der Seat Sounds Mittagspause und das ist Max Herre. Wir sitzen im Wohnzimmer in unserer Berliner Wohnung und das hier ist ein Bild von Malik Sidibe, ein malinesischer Fotograf und das ist eine Aufnahme von 1965 und das ist unsere kleine Anlage, das finde ich total schön, also es ist eine total musikalische Zeit für mich irgendwie, obwohl man nicht auf Konzerte geht. Und ich bin total viel am Ding und am Neuentdecken auch und irgendwie und auch die alten Sachen wieder am Ausgraben, das ist so die eine positive Sache, die ich hier derzeit abgewinnen kann. Jetzt habe ich gerade, weil Bill Withers ja gestorben ist letzte Woche, alle Bill Withers Platten so rausgesucht, die wir da noch so rumstehen hatten. Das ist zum Beispiel einer seiner tollsten Alben, das ist ein Live-Album aus der Carnegie Hall von 1973 oder 1974 glaube ich. Das war eine große, große Inspiration für uns und wie wir Live-Musik auffassen. Bitte schau mich nicht so an, deine Blicke sind gefährlich, ruhig, ich begehr dich. Bei dir steht die Zeit still, du verwirrst mich, bist du viel für mich, spiel wie du mein Willen bricht. Das wärs nur Spiel, leg die Karten auf den Tisch, schmeiß und ich bleib kühl, wenn du bange bist. Hör nicht zu, weiß ich später mal, aber heule. Heu nach, brauche ich ein bisschen mehr als vor euch, ja. Deine Küche machen süchtig. Max' Erfolg begann ja vor meinem. Ich bin ja hinzugekommen 1999, als wir uns kennengelernt haben und ein Lied zusammen aufgenommen haben, das dann sehr erfolgreich wurde, mit dir heißt das. Und bis dahin war ich natürlich auch schon Musikerin, aber wusste noch nicht so ganz genau, in welche Richtung das geht. Und da hat Max sich meiner sehr angenommen und es war so eine sehr interessante Zeit für mich, weil ich natürlich irgendwo schon gespürt habe, dass man irgendwie einen Weg finden muss, beide Dominanzen, die wir auch haben als Künstler, irgendwie so zu nivellieren, dass da was bei rauskommt am Ende. Das haben wir so ganz gut hinbekommen, glaube ich. Zumindest den Output haben wir super hingekommen. Die ersten zehn Jahre unseres Zusammenseins war das ein sehr intensives auch Zusammenarbeiten. Und es war so, dass eigentlich die ersten vier Platten, die Joy machte, ich auch immer mit dabei war, von Anfang bis Ende und das produziert habe und zum Teil mitgeschrieben habe und mitkomponiert habe. Und das war so eben auch eine sehr intensive Zeit. Und jetzt gibt es eine neue Phase eigentlich, in der wir das auch so ein bisschen trennen voneinander. Joy hat jetzt gerade eine Platte gemacht, über die ihr gleich reden werdet sichern, über die sie viel sagen kann, wo das eben so zwei komplett getrennte Kreisläufe waren, was auch total schön war, weil es dann wirklich nur noch eigentlich so eine Abfrage ist zwischendurch. Also ich habe eine Platte, die auch fertig ist. Das ist eine Platte, da geht es viel um Liebe, Liebe und nochmals Liebe in all ihren Facetten. Ein bisschen eine Hommage eben an meinen Vater und an diese Soul-Ära vielleicht so zwischen 67 und 73, um es jetzt mal ganz eng zu fassen. Aber dann kann man sich vielleicht so ein bisschen vom Sound auch etwas vorstellen. Genau, und die wird kommen, hoffentlich dieses Jahr, wenn das alles klappt. Und sie wird heißen, Let Yourself Be Loved. Das ist eine Soul-Platte. Hat vielleicht damit zu tun, dass ich mich in den letzten Jahren viel mit meinem Vater befasst habe, wieder weil er etwas älter geworden ist und wir einfach eine neue Ebene jetzt entwickelt haben miteinander. Denn jetzt sind wir die Kinder diejenigen, die die Verantwortung für ihn übernehmen. Und da ist eine ganz starke Nähe und ein sehr intensiver Austausch zwischen mir und ihm. Und damit auch gleichzeitig mit der Musik, die er mir gezeigt hat und die er aufgelegt hat und die mich definiert hat. Und da war es für mich relativ naheliegend, auch wieder in diese, ich sag mal, Soul im klassischen Sinne, Musik zurückzugehen und mich da zu probieren. Und da ging es wirklich nur um Musik machen. Das war fast wie Spielen. Und das habe ich sehr vermisst. Es ist ja auch eine Dringlichkeit, das Singen bei mir. Das ist ja nicht etwas, das ich mir so überlegt habe, strategisch. Wo will ich hin in meinem Leben und was könnte passen? Sondern es ist ja etwas wie eine, wie sagt man im Englischen, ein Calling. Und im Deutschen würde man sagen, eine Berufung. Und das ist so stark dann, so eine Berufung, dass sie auch Vergleichen und Ängsten standhält. Deswegen mache ich mich davon so total frei. Ich habe diesen Anspruch nicht, Aretha Franklin ihren Rang abzulaufen. Das könnte ich im Leben nicht. Wollte ich auch nicht. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht für sich sozusagen eine Ausdrucksform findet, die sozusagen so nah wie möglich an so eine Authentizität heranreicht. Für mich ist jetzt sozusagen diese Wohnzimmerkonzert zu geben oder auch die Geschichte, die in Leipzig passiert ist. Das ist natürlich irgendwie toll, weil man sozusagen reagiert auf diese Krise. Und ich auch so den Eindruck habe, Kunst jeglicher Art, ja, dann eben Musik auch ganz stark, ist eigentlich eine systemrelevante Form, die wichtig ist für die Menschen. Aber es ist für mich keine Alternative, keine dauerhafte Alternative natürlich, jetzt nur noch Konzerte in leeren Hallen zu spielen. Weil ich finde, dieser Dialog zwischen dem Publikum und mir, der ist total wichtig und prägend. Und das ist etwas, was einen weiterbringt. Das ist etwas, das einen irgendwie formt als Künstler. Weil das ist so ein Moment, der ist so konkret und so unmittelbar. Der Live-Moment, der absolut hundertprozentige, enge Austausch mit dem Publikum. Wenn ich den nicht hätte, ich glaube, ich würde sofort viel, viel schlechter werden. Ich fand heute nicht.